Was eine Vita. Der junge Mann hat uns in dieser Saison richtig begeistert. Deutscher U23-Meister in Mönchengladbach. Deutscher Jugendhallenmeister in Dortmund. Gleiches Spiel letztes Jahr. Erster Titelverteidiger und Deutscher Vizemeister in der aktiven Klasse. Er mischt also auch bei den Erwachsenen schon richtig mit. Das ist sein dritter und letzter Versuch. 5,50 Meter für Hendrik Müller. Da wackelt die Latze, aber bis jetzt bleibt die Ligen. Gültiger Versuch für Hendrik Müller vom TSV Bayer 04 Leverkusen. Also die Höhenflüge, die gehen hier weiter. Da dürfen wir gespannt sein. Was der als nächstes in Angriff nimmt.